Oh, ich hab auch Schmuffe, dass sich hier irgendwas verpasst dabei. Gerade aktualisiert. Warte mal, sind da... Oh, das sieht... Oh, das ist jetzt schon eine dumme Idee, das weiß ich genau. Ja, geile Nummer. Oh, sie stehen mehr an Gegnern gegenüber. Ziehen sie nicht ihre Pistole. Ja, hatten wir vorhin schon. Oh Gott. Oh Gott. So. What the fuck? Bleib stehen, bleib stehen! Oh, ich glaub, die hätte ich mir sparen können. Shit! Na, was soll's. Ich mein, ich bin fast am sterben, verbluten und sonst was. Ach, doch. Ah. Hier, ich bin fast am sterben, aber nimm doch mal die Videokamera. Oh Gott, aber können wir doch mal ein bisschen spieren. Hey, das ist mir. Ich kenne dich! Oh. 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 Linda, sind Sie da? Warum willst du answeren? Henry? Mary, thank God. Where's your mother? Mom, you never came back. Where are you? Are you alright? Yeah, I'm okay. I'm with a nice man. Man? What man? Let me talk to him, sweetie. Uh, hello. What do you want? What I want? I want nothing. Look, man, I know the score. Alright, I got food, water, batteries. Bring me the girl. You'll have what you need. You got it? Ah, sure, man. I got it. Listen, the little girl doesn't look so good, and I think we're about to have a storm. So we need to get off the street. Where are you? Uh, close to State Street. You're the Arboretum. Then get to the mall. It's probably the safest place for the time being. Come on, sweetie. We gotta go. The mall took less damage than most of the other buildings. I'm sorry. When the quake settled a little, the mall was set up as an emergency shelter. It was sealed up to keep up the dust, keep people alive. The windows have been boarded up and all the ventilation is sealed. And you and May should be safe there. At least for a short while. Ja, das ist schön. Bringt mir das. Nichts an Gesundheit wieder. Geile Nummer. Oh, kacke. Ich hab sie ordentlich an mir festgebunden, um sie da wirklich transportieren zu können. Aber habt ihr das mitbekommen? Da sagt er so ein wenig, äh, ja, ich kenne das Spiel und... Ja, und weiß, was du willst und b-b-b-b und bring sie nur sicher zu mir. Ganz ehrlich, was denkt der von mir? Ich bin hier vier, äh, ein Jahr lang gewandert, komm hier an und krieg gleich auf die Schnauze. Dann rette ich ein Kind und werd hier noch als sonst was dargestellt. Hallo? Geht's noch? Muss ich jetzt eigentlich lang hier? Ein bisschen frech finde ich das ja schon. Ich komm hier nirgendwo. Nur hier jetzt... Anscheinend nur irgendwie hier, glaub ich. Komm ich da hoch? Nee, irgendwie nicht. Hä? Wo muss ich denn lang? Hier ist hier das... Ah, kann ich das aufmachen? Ja. Also ich bräuchte echt irgendwie mal so einen Verbandkasten hier. Oh, selbst der Ton ist total verzerrt hier an der Stelle. Müsste ich nicht langsam irgendwo... Hier hinten war noch irgendwo was. Oder hier irgendwie. Irgendwo war da... Noch ein Item. Ich konnte nicht genau erkennen was, aber... Leute. Energie. Ich brauche Energie. Oh, ich hoffe jetzt irgendwie, dass ich hier jetzt nicht noch mehr verliere auf... Warte mal, verliere ich gerade mehr auf Dauer? Weil ich irgendwie blute oder so? Ich glaub, da muss ich leider ein bisschen durchdrehen. Weil ich glaub, dann hab ich gleich meine erste Wiederholung. So. Oh, hier geht's auch nicht lang. Also ich fühl mich hier nicht... Warte mal, wo muss ich denn jetzt? Nicht jetzt. So, von da kam ich. Ah, da unten wäre eine Idee noch. Ob ich hier irgendwo langkomme? Ja, das sieht doch gut aus. Komme ich da hoch? Ja. Rüber. Ja, da ist irgendwas. Was ist das? Oh, Schmerzmittel. Natürlich das beste Vorbild. Zack. Ab erstmal vor der kleinen Mierstmann Schmerzmittel reindrücken. Geht's mir schon mal besser. Da liegt noch eins. Oh. Gott, oh Gott. Das kann ja noch richtig funny werden, wenn das so weitergeht. Aber wie schon erwähnt, ich sterbe gerne auch mal 30 Mal an der gleichen Stelle. Einfach nur... Damit ich's... Irgendwann hinkrieg. Oh. Äh... Fug? So, quasi nächste Links. Und dann sollten wir... ...in die Shopping Mall kommen. Äh, ich glaube, ich sollte mich auch... ...ein bisschen beeilen. Mensch, ich würde jetzt gerne noch hier... ...ein bisschen durchsuchen. Aber... ...wer sich um ein Kind zu kümmern hat... ...hat eine gewisse Verantwortung. Äh, bin ich schon zu weit? ...ne, geradeaus vor. Oh. Ernsthaft, Leute? Das ist hier irgendwie... ... ...shopping Mall. Gut. Zack. Rein da. Rein da! Zwei Wiederholungen! Den nächsten Abschnitt haben wir geschafft. Äh, wenn niedrig ist, öffnen sie Inventar mit C. Benutzen und sie Ressourcen. Ja, klar, ne? Das ist das, diese Leiste, die sich da gerade abgezogen hat. Wenn sie Opfern Ressourcen... ...hörten sie dafür eine zusätzliche... Ja, schön. Aber das war gerade das, was ich meinte. Ganz nach dem Thema... ...jap. Mal zu einem Sicher... ...Gebiet bringen. Wir sind schon mal in Sicherheit. Aber das war gerade das, was ich meinte. Dass man halt diese vorläufig permanente Ausdauer verliert. Da ist ein Feuer. Da ist wieder irgendjemand. Und der wird... ...mich schießen oder irgendein... Hier ist niemand. Aber wenn hier ein Feuer ist, muss hier jemand sein. No. I know I'm not alone. We don't share. Get out. Oh, ich liebe dieses... ...Foot gleich... Was? Da unten wird vielleicht noch irgendwas sein. Hoffe ich zumindest. Irgendwie... Ich meine, das ist eine Mall. Okay, auch wenn die Leute jetzt hier schon über Jahre weg... ...drinnen waren, sich verkrochen haben. Irgendwo wird hier doch bestimmt noch... ...ne Kleinigkeit zu holen sein. Ich meine, da sind Wasserflaschen. Da muss doch irgendwo noch... ...was für mich sein. Bevor ich hochkletter. Einen Kaffee könnte ich jetzt auch brauchen. Ja, ich weiß, die guten Plätze sind oben. Aber lass mich erstmal... Oh, die... Hä? Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Stefan, hab ich die? Witzig! Die hätt's auch vorher mal anmachen können. Idioti! Idioti! Ach, was für ein Tipp. Ja, ich will noch einmal schauen, ob hier noch irgendwas liegt. Ich geh doch gleich wieder hoch. Ja, wenn du mich so penetrant nervst. Ja, ich hab's verstanden. Mach... Ja, mach mal dein... Oh, wie... Warum macht der das nicht vorher an? Ich hab nix gesehen. Interessiert ihn ja nicht. Uh, du kannst nicht gucken. Ich lass meine Taschenlampe aus. Uh, uh, uh. Ja, Mann. Oh. Und... Hups! Ist die kleine weg. Ein Problem kennt weniger. Ja, ja. Manchmal hab ich auch ein bisschen sehr... Schwarzen Humor. Man könnte auch sagen, mein Humor ist quasi so schwarz, er könnte schon Wolle pflücken gehen. We don't share. Free Hugs? Nee. Ja. Hey! Oh, irgendwas... Es liegt hier nicht einfach so rum. Oh. Sie können eh, um ein... Huh! Zu platzieren. Was? Ah, ein Kletterhaken. Ein Kletterhaken. Oh, warte mal. Komm ich da jetzt? Muss ich da... Muss ich da hoch? Ich guck erst noch mal, bevor hier... Bevor ich da hochgehe. Ich hab keinen Bock, hier irgendwas zu verpassen. Und nachher in den Videokommentaren zu lesen. Äh, äh, hast du was vergessen? Äh, du Noob. Ach so. Nee. Also man merkt bei Let's Plays, wenn man da ein bisschen auch viel am Reden ist, dann kommt diese Stimmung, diese düstere Stimmung, dieses Flair, das kommt zwar irgendwie auch rüber, aber andererseits irgendwie... Naja, man ist die ganze Zeit am Reden. Und sonst, wenn man so still ist, genießt man das, glaube ich, eigentlich viel mehr. Äh, vielleicht beruhigt es mich auch ein wenig. Oh. Ja, mit der kleinen Hüfte doch noch nicht hoch, Mensch. Oh. Ja, geile Nummer. Äh. Kleiderhaken. Wie? Oh. Gut. Okay. Ich glaub, den konnte ich nicht mitnehmen. Oh. Nicht abstürzen, nicht abstürzen. Hoch da. Huh. Huh. Kann ich den wieder mitnehmen? Ich glaub nicht. Ich mein, wie... Äh. Hallo? 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 Und wie ich überhaupt kein... ...überhaupt keine Munition oder ähnliches hab? Oh. Was ist da? Keine Ressourcen. Keine Munition. Oh. Leute. Hör mal zu, Mai. Ich bin ein erwachsener Mann. Und wenn ich sag, ich will da gucken, dann geh ich da gucken. Ja, gut, ich komm schon, ich komm schon. Sei nicht böse, ist alles gut. Sounds like there's someone below us. Unter uns. Unter uns. Kommen ich da durch? Da ist irgendwas. Oh, Leute. Oh. Generator ist hier. Ich kann re-charge meine Kamera-batteries. Henry. Henry, du da? Ja. Keine Worte. Ich bin hier. Ich bin hier. Wir sind in der Mall. Hey. Hey, was ist passiert? Ich bin hier. Okay, aber was ist das hier erstmal? Noch ein Kletter... Oh, das mit dem Kletterhaken ist echt ne... What the fuck? Da bewegt sich irgendwas. Was ist das? Achso. Ups. Hi, Mai. Woah! Creepy as hell! Diese hustende Sound-Effekte. Man könnte echt meinen, ich hab grad gehustet. Das ist ein... ...wahnsinnig gutes Spiel. Ähm. Genau. Ja. 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 Yay! Das denke ich mir auch manchmal. Ein Soda-Getränk hab ich aufgehoben. Was bringt mir das? Ähm. Ausdauer ein bisschen. Na, es lohnt sich glaub ich noch nicht. Ein Ausdauer... Oh, und da war doch noch irgendjemand. Ist hier noch irgendwie was? Komm, gib mir Munition, Leute! Im Ernst. Ihr könnt mich hier noch nicht so... ...blöd stehen lassen. Ugh. What the fuck? Okay. Ist hier noch irgendwas? Unter uns? Komm ich da nicht irgendwie auch noch unten hin sonst? Weiß nicht. Glaub nicht. Oder? Hier vielleicht? Nee. Da hin. Jetzt runter. Hier brennt's. Hey! Hey! Äh, ich hab das aber nicht. Wo ist das? Auf das St... Nee, Leute. Ach, weil ich jetzt vorhin den Schuss versemmelt hab? Let me guess. You'd like to... But you just can't help me, right? Ja. Aber... Nee, ernsthaft. Das sag ich auch... Das sag ich nicht. Das sag ich doch nicht zu jeder. Ich würd ja wirklich gern... Ich... Ich kann nicht. Ich... Ach, Mensch! Das gibt's doch nicht. Hier vielleicht irgendwie... Wupp! Vorsicht! Ach, Scheiße! Mensch, das ist doch... Ah! Buddy! Ich komm wieder! I'll be back! Ich hau ab! So, ich habe gehört, ich sollte mich hier mal nochmal wieder aufladen, kurz. Jupp, komm wieder runter. Schnell! Ähm, Leute. Ernsthaft? Nein, 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 du sollst da hoch... Gehst du da jetzt mal hoch da! Äh. He, he. Ähm, doof jetzt. Wenn Ihnen die Ausdauer ausgeht, können Sie für extreme Anstrengung... Oh, Kletterhaken setzen. Noch geht's, noch geht's. Ja, gut. Okay, komm. Zack. Aber wie soll ich den jetzt wieder mitnehmen? Den würde er ja automatisch... Wie? Leute? Oh. Ja.